jawohl hallo meine lieben und damit herzlich willkommen ihr seht hier splitgate 2 meine ersten videos zu splitgate 1 damals sind ja ziemlich gut angekommen ja ich freue mich drauf dass es einen zweiten teil geben wird leider erst 20 25 wir schauen da jetzt rein die allererste runde quasi ich habe nur ganz kurz einmal ich glaube gegen bots gespielt also ich habe keinen plan ich habe auch die steuerung noch nicht gecheckt ich kann euch aber mal ganz kurz zeigen es gibt hier drei verschiedene legenden oder wie auch immer man das nennen mag die man hier spielen kann der eine hat hier so ein sprint boost und eine fähigkeit die team mitglieder unterstützt der andere das habe ich mir ja auch noch nicht angeschaut ja kann halt scheinbar hatte in wall heck oder sowas und irgendeine health generation es klingt eigentlich ziemlich gut den nehme ich doch gleich mal krass wir können hier loadouts festlegen und so ganze shit ja wie gesagt habe ich mir auch alles noch nicht angeschaut feuerrate bisschen geringer aber die genauigkeit bisschen besser und der damage viel höher und die range viel höher okay krass ist das ein ach das ein burst okay es holt und eine shotgun was haben wir hier health granate ja das ist doch geil aha equipment recharges faster und tracker people you shoot a briefly marked on the minimap genau die anderen playlisten sowas wie ranked und so kommt natürlich später alles wir schauen jetzt rein wahrscheinlich später auch noch mal mit dem einen oder anderen zusammen und dann geht es hier auch direkt los so gott meine mausgeschwindigkeit ha ha oh warum sind die fps nicht gelockt oh no das ist schlecht oh gott gerade gerade ungewohnt oh gott weil ich gerade bei einem laptop was gemacht habe und das ist so ein kleines display und jetzt habe ich hier so ein jetzt habe ich hier so ein riesen gefühlt so ein 4k fernseher vor meinen augen was natürlich nicht so ist aber oh no jawohl nice hat er ihn weggeboxt okay die maus die maus ist viel zu schnell die muss ich gleich mal all dies viel viel zu schnell ups ach so man kann ja auch fliegen stimmt hier ist zwar ja was ins blitz geld hier oh gott na kumpel oh mein gott haha und tschüss oh gott jo oh no ah scheiße der wollte mich boxen der eine oh gott ich muss mal ganz kurz ganz kurz schnell mal die maus ein bisschen langsamer machen hier input ist es das hier oh gott ich weiß gar nicht was die maus hier der cursor ich habe keine ahnung okay wir lassen uns erstmal so das hipfeuer ist auch so krass ne hipfeuer vor allem den english ey das spiel sieht wahnsinnig gut aus round lost ja gut okay so und es geht glaube ich direkt weiter jetzt sind die frames gecappt ah dankeschön sehr schön ja manchmal hat der amd treiber da nicht so bock drauf das sofort zu übernehmen und muss das erstmal hucken oh hi alter okay not bad dude wo denn ach so man kann ja hier auch mit portal und so scheinbar aber jetzt nur noch an vorgegebenen wänden oder so man kann auch wo oh shit hinter euch hinter euch leute jawoll boah das ist aber geil du das bockt aber was hat der hier vor gehabt oh no jawoll äh unter uns tatsächlich ah aua oh oh gott alter da hatte ich aber richtig schwein gehabt eben double kill ach ja das bockt schon hart ey ist halt nur kein spiel so für die krasse mega lange dauer so also finde ich persönlich zumindest ne heißt jetzt nicht so dass das grundlegend so ist aber hier steht vor ihnen und ich kill ihn von hier hinten oder was das ist ja lächerlich ja sieht wunderschön aus round one nice unreal engine by the way scheint das einzige zu sein hier mit capture capture the flag oder zones oder whatever und unter mir wo denn oh oh das war schlecht oh ne leute nicht von allen seiten uh ich bin minus 1 hp oh der boxt mich weg ey haha der hat mich übelst weg gepusht gerade ich habe mich auf den hinteren konzentriert und der springt mir in die fresse es bockt aber sehr leute es ist es macht immer wieder spaß neue spiele auszuprobieren oh ja das üben wir nochmal das aim ne meins war jetzt auch nicht mega aber es hat gereicht auch reicht für dich kollege what the fuck oh guck mal da pushen die aber im vollen squad die waffe ist auch gar nicht so schlecht die fühlt sich sehr balanced an irgendwie also das meine ich im ernst die ist jetzt nicht übelst krass fühlt sich gut fühlt sich gut an oh ho 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 what the fuck alter ey die maus ist immer noch sehr viel zu schnell by the way aber ich habe jetzt keinen bock die zu ändern gerade aber ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau wo deswegen lassen wir es jetzt einfach ok nice wir sind wieder da ja man kann doch auch mit g irgendwie die portale eigentlich zerstören ich weiß doch nicht ob das alles schon so 100% drin ist im game und alles so 100% funktioniert schon joo was der prefire dabei du ey nicht sandwich von beiden seiten hier leute jawoll so ich habe keine ahnung wann das hier mal zu ende ist geht das hier endlos eigentlich oder wie ist das ja den habe ich noch mitgenommen das war mir wichtig wo ist er oh no oh da habe ich aber ganz schön verkackt gerade scheiße your teammate is attempting a capture oh god count it draw capture uuuhh das neuner uuuhh das neuner jawoll au jawoll jawoll habt ihr es gesehen der wollte droppen auf mich wurde aber von einem anderen mate noch gebumselt so don't capture it nice winner let's go so was ist der score hier 45 das geht doch 45,8 und das trotz falscher maus sense so ihr lieben wir kommen zur zweiten runde wir spielen noch eine ich hoffe die wird ein bisschen besser ich habe jetzt mal die maus dpi runde gestellt weil ich tatsächlich einfach keinen plan habe wo man hier die maus geschwindigkeit ingame reduziert so ich mach mal ready hier okay es ist ein bisschen langsamer ja das gefällt mir glaube ich ein bisschen besser wir haben es schon ziemlich spät gerade oder früher am morgen wie auch immer man möchte mal schauen ob hier überhaupt irgendwas geht ja das war nix oh gott der ist hier rein ich gehe mal in der r hallo wassup kommt einer raus das ist geil alter auf die zu fliegen ey wirst du super cool einfach holy shit wow wow what the what the fuck das ist echt krass wie viel bock das ding wieder macht hier ich war von dem ersten ja nice von dem ersten äh game war ich damals auch so ultra geflasht ich weiß nicht mal als ich das zusammen mit cham gespielt habe in der beta wir waren auch so hin und weg einfach und da haben wir es nie wieder angefasst doch ich habe es tatsächlich ich habe tatsächlich hier und da nochmal reingeschaut aber ja ein bisschen an aufmerksamkeit verloren weil es natürlich auch irgendwie auch immer das gleiche ist ändert aber nichts an der aussage dass es halt voll cool ist trotzdem der hat mal kurz aimbot bekommen ja nicht von hinten freundchen oh der outplayt mich ja das hast du dir so gedacht mein freund alter der hat mich ja komplett outplayt der dude oh mein gott da wollte er schon wieder dicker was will der denn boxen andauern von mir auf mir in mir oh scheiße war ich aber ja auf jeden fall nix geiles game uh aimbot in die fresse so ein bisschen wer are you boys oh gott schwabbel aim ach du scheiße das war aber aimbot rückwärts grad aua ich weiß gar nicht sind das alles eigentlich bots oder sind das echte ich glaube das sind alles echte spieler ne das ist äh bisschen traurig für die gegnerischen für die gegnerische seite natürlich oh gott und tschüss ja da bin ich mal abgehoben aber da bin ich ganz schön abgehoben ne 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 alter wie er mich wieder zweimal boxen will dieser eine typ will andauernd nur boxen der hat keine anderen probleme im leben den musst du einen boxax schenken zum weihnachten und tschüss und tschüss noch mehr natürlich noch mehr oh gott oh ah ne ich wollte noch ums eck und dann ein bisschen hackmeck naja komm wie gesagt ihr bekommt vielleicht noch ein paar videos wenn ich nicht ganz alleine am zöckeln bin ah ich hing fest hier ich wollte eigentlich gerade aus weiter aber da war eine wand oder naja weiß nicht ob man das wand nennen kann aber watch out enemy is going for a capture ja ja watch out enemy is going for the capture or a capture going for a capture card von elgato oder winner yeah winner winner chicken dinner okay war jetzt nicht so eine heikel runde aber war noch irgendwie waren das weniger gegner ne ha 25 toy whatever